Kei geladen, vollbereitschaftsvergestellt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Jawohl, verstanden, jawohl, verstanden, Ende ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Kondor hier Alpha, dann im Feuerkampf mit anrückenden Spähtrupp, Zugstärke, 2 BMP, 1 BRDM, Zufahrt K29 auf Elthars, vernichtet, Ende. Vielen Dank. Vielen Dank. Ende. 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 Okay. Gondor hier, Alpha, stand erneut im Feuerkampf mit antretendem Späthrob in Zugstärke im Bereich Nordosten, Rödergrund, erkannt und vernichtet. Ende. Ausstellung 1, feindliche Aufklärung zu sehen, 2 BLM 2, einen vernichten. Hier Delta 3, feindliche Aufklärung, südwestlich Höhe 562, nördlich Igelweg, ein vernichtet, Ende. Jawohl, spannen, Entschuldigung, da rein. Entschuldigung. 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 Kommt nur hier Alfa. Erd da zum Alfa steht in der Adilung, ist in Stellung 3. Alfa ist zur Zeit mit einer Funkdaten. Schreitet sich nicht aus, Ende. Kaffee, der Stadler in der Mitte. Jawohl, Stadler in der Mitte. Jawohl, Stadler in der Mitte. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. Okay. There we go. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Bravo hier Condor, wenn Bravo 2 zu starkem Feindruck hat, dann lass ihn ausweichen in 2-2, kommen Bravo verstanden Ein Grenadier da unten auch schon verloren Ja Da war es noch ein Bravo Condor hier Bravo, weichen jetzt aus Bravo 2 wurde zerstört, ich übergebe Kräfte an der Bravo 1 Wir stehen unter Beschuss Alpha, hier Condor, ebenfalls mit vorderster Gruppe ausweichen in die 3, kommen Alpha verstanden Ende Dauer 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 Hüio Dauer Dauer Was soll die vorderste Gruppe? In der Drei, in der Fünf müssen die doch ausweichen. Ne, die sollen jetzt erstmal alle in die Drei rein. Alle vier Panzer drauf, okay. Alle vier Panzer drauf, okay. Alle vier Panzer drauf, okay. Geht bereit, Trennung, Bravo, hier Condor, ein, Muton unterwegs Richtung Westrad, Stellung 2 zu Ende. Alle vier Panzer drauf, okay. Alle vier Panzer drauf, okay. Bravo, hier Condor, ich unterstütze MET-Entstellung 2.2, da euer Bravo 3 vermutlich offensichtlich Optikschaden hat. Okay. 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 Und nun alle erkannt, vermutlich mindestens zwei BMP-Züge sowie ein Pfanderzug im Zuge. Igel 2 im Angriff Richtung Schakau, ich jetzt eingetroffen bei Stellung 2-2 angefordert, Nebel auf Stellung 2-2. Ende. Weiter. Feindlichtung, Schützenanzer, Ost. Stellung erreicht. Kondor, zweiter Hauptzug ist jetzt in Position. Entschuldigung. Feindlichtung, Schützenanzer, Ost. Entschuldigung. 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 Bravo El Condor, Bravo 3 soll die Chance nutzen. So lange es geht zum Nachmunitionieren am Untonner. So lange es geht zum Nachmäßigen. Vielen Dank. Vielen Dank. E-Kondor, E-Alpha, Kampfhubschrauber im Bereich Rödermarkt gemeldet. E-Kondor verstanden, Avenger, Flugabwehr ist bereits unterwegs Richtung Grenadier. E-Kondor, 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 E-Kondor. Achtung, Nebel bei mir. Schützenpanzer im Anlage aus Osten. Bereit? Rollout. Reimpflichtung. Schützenpanzer. Osten. Wir stehen unter Beschuss. Weiche mit Spike total aus. Stand unter Beschuss. Reimpflichtung. Schützenpanzer. Osten. Wir stehen unter Beschuss. Eine Hand abgeschossen. Kondor, E-Alpha. Alpha-3 Kraftstoffleck hat Befehl auszuweichen. Zunächst mal mindestens Stellung 5 kommen. Verstanden. Ausweich Richtung LSA1 mit dem Schadfahrzeug. Dort Reparatur einleiten. Sofort. Alpha-3. Reimpflichtung. Schützenpanzer. Osten. Ost. Reimpflichtung. Schützenpanzer. Ost. 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 So, Paarstrop ist ausgewichen. Ja, verstanden. Ich gehe aber dann wieder in Stellung. Ja. Ja, verstanden. Verstanden, Ende. Auf Delta 2 war gerade, auf Delta 3 war Artillerie. Vermutlich Richtung Paarstrop. Fahr ich gleich wieder in Stellung. No Whisper target found. Ja. 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 Weitere Heint abgeschossen. 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 Heint abgeschossen. Weitere 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 Heint abgeschossen. Jawohl, verstanden, Ende. Ende. Ein nördlicher, äh, äh, Spike-Trop ist tot. Jawohl, verstanden, Ende. Stellung erreicht. Das war nur die Alfa-Miet-Sperre 1 ausgelöst. Ach, der gehört doch, äh, schützquatze, gemütlich. Das war die Alfa-Miet-Sperre 1 ausgelöst. 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 Jawohl, verstanden, Ende. Jawohl, verstanden, Ende. Das war die Alfa-Miet-Sperre 1 ausgelöst. Das war die Alfa-Miet-Sperre. Leider hat ich jetzt noch die Alfa-Miet-Sperre 1 ausgelöst. Das war die Alfa-Miet-Sperre 1 ausgelöst. Das war die Alfa-Miet-Sperre 1 ausgelöst, um das in der Alfa-Miet-Sperre 1 ausgelöst. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Feuer. 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 Mörser kommt jetzt bei dir runter. Nebel. Passt auf Delta 3 gefallen. Ja. Ich versuch trotzdem nochmal mit dem anderen Sunny hinzufahren. Ich übergebe dir mal eben den Sunny vom Sun 1. Machst du das mal eben. Ja. 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 Wir stehen unter dem Schuss. Jawohl, verstanden. Wir stehen unter dem Schuss. Stellung erreicht. Kai geladen, vorne getastet. Radfahrzeug Kai. Radfahrzeug Kai. Feuer einstellen. MZ geladen, vorne getastet. Beim Sani 2 ist ein Sanitäter gefallen. Direkt neben dem Sandtruck. Jawohl, verstanden. Ende. Bravo, hier Condor. Mit Stellung 4 ausweichen. Zunächst erstmal Stellung beziehen bei Höhe 3, 8, 5. Phasen hier 2 kommen. Bravo, hier Condor, kommen. Radfahrzeug Kai. Die Condor, ausweich mit vorderem Halbzug. Ausstellung 4 Richtung Phasen hier 2, Höhe 3, 8, 5. Dort neue Stellung beziehen kommen. Verstanden und Stellung im Verlauf 3, 8, 5. Condor Ende. Ich habe gerade noch zwei Panzer hier vor der Minensperre vernichtet. So, der Sani ist jetzt auch endlich gleich bei dir vor Ort. ... ... ... ... 14. Panzer, FZ. Feuer. Trepperblitz. Oh, super, jetzt muss ich auch noch ausweichen, ey. Okay, es scheint als an, ich kann da vorne nichts mehr machen. Jawohl, verstanden, Ende. Dann Delta 2 aufsitzen, ausweichen, nächste Stellung, muss selber ausweichen, Kraftstofffleck. Kontoren alle, ich selber, Treffer, kriegt auch Kraftstofffleck, muss sofort ausweichen. Delta 2 weicht jetzt auch aus, muss aufsitzen lassen, Passdruck nicht mehr reparabel. Delta 3, auch sobald es geht, auch ausweichen, nächste Stellung. Bravo. Mit, äh, Bravo 3 ausweichen, Stellung 6 beziehen. Alpha bezieht Stellung 7, Ende. Wir stehen unter Befuss. Kondo hier, bravo, bravo 1 hat benötigt, Sanitäter, Ausfall, Ladeschütze, kommen. Kondo verstanden, Sanitäter wird bei Stellung 6 warten. Ja, der andere Sandtrupp ist auch ausgefallen. Die Feindpanzer und Schützenpanzer haben darauf geschossen. Ja. Hau da ab. Jawohl, verstanden, Ende. Jawohl, verstanden, Ende. Jawohl, verstanden, Ende. Ende. Jawohl, verstanden, Ende. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Kondor und alle angefordert, Luftunterstützung, Hubschrauber, Eintreffen in 3 Mike, Ende Kondor und alle angefordert, Luftunterstützung, Hubschrauber, Eintreffen in 3 Mike, Ende Kondor und alle angefordert, Luftunterstützung, Hubschrauber, Eintreffen in 3 Mike, Ende Kondor und alle angefordert, Luftunterstützung, Hubschrauber, Eintreffen in 3 Mike, Ende Kondor und alle angefordert, Luftunterstützung, Hubschrauber, Eintreffen in 3 Mike, Ende Kondor und alle angefordert, Luftunterstützung, Hubschrauber, Eintreffen in 3 Mike, Ende Kondor und alle angefordert, Luftunterstützung, Hubschrauber, Eintreffen in 3 Mike, Ende Kondor und alle angefordert, Luftunterstützung, Hubschrauber, Eintreffen in 3 Mike, Ende wir haben verstanden Baiten da, Stellung 8 Frage erüben, könnt ihr noch Bradley´s bedienen? Komm mit? Ich sch thrill noch Konto hier, Bravo, Kev, Kanekan, Bradley, Lidin, Konto. Herr Stern, dann gebe ich ihn bei Stellung Blau, 1.4, Steinhaus, nordwestlich von uns. Da sind drei Bradley's, da gebe ich ihm jetzt erstmal alle. Wenn ihr noch sonst was benötigt, wird er ihn an euch übergeben. Bravo, verstanden. Alpha, hier Kondor, ich bin soweit wie der Einsatzbereich, 40% Kraftstoff, Trade-Down-Aufstellung Sieben. Ich muss die Schiffre, die sich um dich zu vergehen. Kommt, kongelade, Konto, in zwei Kof, in zwei Kof, in zwei Kof. Kofi-Dix-Badult, Konto, in drei Kof, in drei Kof. Kommt, kongelade, Konto, in zwei Kofi-Dix-Badult, in zwei Kofi-Dix-Badult. Alle Hubschrauber sind jetzt eingetroffen. Panzerfaustruf R1, BMT 3, bei Stellung Orange-Gelb, 2, vernichtet. Jawoll, verstanden. Dein Sandrup in Niederweber. Kannst du mir sonst auch wieder übergeben? Okay. Jawoll, verstanden. Enden. Drei Richtung. Kampfmacht nach Ruhe. Erwollen. Erwollen. Verstanden. Enden. Drei Richtung. Abgerissene Schützen holen. Kommt an alle Hubschrauber. Haben anscheinend noch immer Feindaufklärung bei Wittges Sicherungslinie. Vermutlich gemischte BMP-Kompanie noch im Angriff vor Minensperre 1. So wie bei Eagle 2 noch immer Schützenpanzer für Mittelkompanienstärke Ende. Beinrichtung. Kampfmacht nach Ruhe. Beinrichtung. Kampfmacht nach Ruhe. Stellung erreicht. Beinrichtung. Beinrichtung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Stellung 4, da in Bradley Stellung beziehen und den Delta 2 mit LFK unterstützen kommen. Waren wir bestanden. Jawohl, bestanden, Ende. Waren wir ab. Kondor hier Alpha, Alpha 3 Optikschaden, ja ich korrigiere Alpha 2 Optikschaden behoben, fasst jetzt Moon am Moonton auf und bezieht dann Stellung 7, Ende. Feuer, danach K.E. laden, Achtung, P.H. Achtung, hier Kondor, zwei Huchschrauber aus Ost. Jawohl, verstanden, Ende. Jawohl, verstanden, Ende. Jawohl, verstanden. Jawohl, verstanden, Ende. Wir stehen unter Beschuss. Feindrichtung, Schützenanzer Ost. Wir stehen unter Beschuss. Ring, 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 Ring. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Feuer einstellen ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Ja. Bye. ... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jawohl, verstanden. Ende. Alle Delta meldet, Schützenpanzer mindestens zwei Züge bei Hofbiber. Vermutlich auch noch verstärkt. Achtung, Ende. Jawohl, verstanden. Ende. Stellung erreicht. Laufen Rachen. Laufen Rachen. Laufen Rachen. Die Schmerz hat der Oberfläche und stecksthcksthzen. Alpha El Condor, Frage, wie sieht es aus? Sind die Fahrzeuge wieder einsatzbereit kommen? Condor Elfa 2, Elfa 2, Elfa 3 Stellung, Elfa 1 bei Versorgung Ja, so wie ich das sehe, Elfa 1 ist in Stellung 9 und Elfa 2 und 3 sind wieder in der 7, es war geplant gewesen, dass sie sofort ausweichen in die 9, also von daher jetzt Elfa komplett ausweich Richtung 9 kommen Elfa 2 verschwunden Jawohl, verstanden, Ende Kondo, hier, Bravo, ich stehe in dem Fall, Kampf mit Fennlitz, Panzerzug Kondo, verstanden, ne? Delta El Condor dann auch ausweichen auf Phasen E4 Bereich Stellung 6, Ende. Bravo Air Condor, der Charly 1.1, dann auch ausweichen Richtung Stellung 1.4, Ende. Wir stehen unter dem Fuss. Das ist ein ganzes Wetter und der Charly. Jawohl, verstanden. Ende. 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 Ende.